Straßenfahrt entlang des Jonsbachs Die Jonsbachklamm 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 Das Schrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrausschrauss Nach dem schwarzen Kurbel links abzweigen. Nach dem schwarzen Kurbel links abzweigen. Die wunderschöne Ebner Klamm mit zwei Natur-Tungel. Die wunderschöne Ebner Klamm mit zwei Natur-Tungel. Die wunderschöne Ebner Klamm mit zwei Natur-Tungel. Anfahrt zu Kölbeleim. Fahrt von der Kölbeleim zu Huberalm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. 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 ... Rechts vom Bankerl spätere Weiterfahrt. ... 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 Rückfahrt vom Abstecher Ebner Alm, Fahrt über einen Sattel und Abfahrt zur Zerringer Alm und Abfahrt vom Abfahrt der markante Sattel mit Wandererwegekreuzung und Banker und Abfahrt vom Abfahrt 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 vom Abfahrt und Abfahrt vom Abfahrt und Abfahrt vom 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 Abfahr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kann man noch einen kleinen Abstecher zur Serringer Alm machen. Abfahrt durchs Obere Jonsbachtal Untertitelung des ZDF, 2020 Abbiegen und über den unberührten Schattenseiteweg fahren. Hier rechts weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Am Ende des Schattenseiteweges rechts über eine Schotterstraße zur Hauptstraße hinauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020